Das ist so ein Film über Tornados in Amerika, da fliegen viele durch die Luft. Da in dem Bereich, wenn man da schaut, haben wir einen massiven Hagelschlag. Stürme und Gewitter verfolgen und dabei möglichst spektakuläre Fotos und Filmaufnahmen machen. Das haben sich die Stormhunters Austria auf die Fahnen geschrieben. Vereinsobmann Hans-Jürgen Bross hat sein Auto eigens für die Gewitterjagd umgebaut. Temperatur- und Windmesser, aktuelle Wetterkarten auf dem Smartphone. Vier Kameras halten alles fest und heute auch wir. Ich bin schon echt aufgeregt. Mit zehn habe ich das erste Mal Twister angeschaut. Das ist so ein Film über Tornados in Amerika. Da fliegen Kühe durch die Luft. Das hat mir meine Schwester gezeigt damals. Übrigens würde es mich interessieren, ob der Hans-Jürgen schon mal Strafzettel gekriegt hat bei einer Gewitterjagd. Wir rasen die nämlich ganz schön flott über die Autobahn. Jede Minute zählt eben, auf der Jagd, nach den perfekten Unwetterfotos. Nach gut einer Stunde Fahrt sind wir in Wiener Neustadt. Ja, wir sehen da jetzt eben den massiven Kern der Gewitterzelle, der sich jetzt immer mehr verstärkt. Und generell muss man dann in den Bereich jetzt auch reinfahren. Das ist der Saugbereich von der Gewitterzelle. Und genau das machen wir jetzt. 20 Minuten später der nächste Halt. Da in dem Bereich, wenn man da schaut, haben wir einen massiven Hagelschlag. Wahrscheinlich so zwischen drei bis fünf Zentimeter groß und ungefähr ein Kilometer Luftlinie von uns entfernt. Die Jagd geht weiter. Und kurze Zeit später erreichen wir auch die Gewitterzelle und den Regen. Und da, endlich bekommen wir sogar einen Blitz vor die Linse. Erfolg, aber auch Misserfolg liegen bei den Stormhunters und uns Meteorologen eng beieinander. Nach ein paar Minuten ist das Gewitter vorbei und die Enttäuschung groß. Ja, der weiße Kern, das ist halt ein strenger Hagel gewesen. Und jetzt sieht man doch, dass es ein bisschen zurückbildet. Und wird halt hauptsächlich daran liegen, weil es halt doch Zugbahnrichtung Wien hat und da einfach das alles zu flach ist. Gelohnt hat sich die Arbeit trotzdem. Denn ohne die aufregende Jagd wären diese Bilder hier nicht entstanden. Das ist es nicht so, dass wir uns nicht entstanden haben. Das ist nicht so, dass wir uns nicht entstanden haben.